Jo Leute und damit willkommen wieder zurück zur Zwar Challenge mit Flash Ja und mit Centos Ja, das ist jetzt nur ein bisschen lange her, wo wir zuletzt aufgenommen haben Warte mal, ein bisschen? Bisschen Monat, ich habe mich zuletzt hier in der Hölle ausgelockt Ja nicht nur du, boah Was ich nicht so toll fand Ja, was ist, die Hölle muss erstmal komplett wieder laden Ach, ich bin voll verwöhnt mit der Steuerung Naja, bist du immer Irgendwie ist das voll dunkel hier drin Ne, bei mir Naja, der bohrt gerade die ganze Welt auf So, bei mir ist das voll dunkel irgendwie Ähm, Options Nein, jetzt habe ich, nein Ähm, Grafik Aber wahrscheinlich wegen den Shanks hier so wenig lädt, ne? Herr Centos, mach mal super Secrets Kommt richtig gut Nein Nein Da drücke ich niemals im Leben auf Hab ich schon wieder Wir waren beim letzten Mal noch beim Köpfe sammeln Ich glaube, ich hatte zwei Stück schon Einer hat noch gefehlt Das ist gar nicht mehr Ähm Und hört man in Minecraft überhaupt den Sound? Ich muss erstmal die Steuerung wieder zurückgewinnen Ah Natürlich ist das viel zu leise, Minecraft eingestellt Ähm Schon geil, wenn man wieder erst alle Steuerung machen muss, ne? Ja Jetzt Ach geil Ich glaube, mein Kopf hat gerade keinen Sound bei mir Oder liegt das an den anderen Einstellungen? Ob ich schon suche? Ähm Ich denke, dass man Ich denke, dass man ein bisschen Ich denke, dass man so komisch bei mir im Hintergrund So Ah, jetzt Irgendwas spackt bei mir gerade rum Irgendwas spackt bei mir Die Hintergrundgeräusche waren ein bisschen leise bei mir eben Warum auch immer So Herr Pigman, sagen Sie mal, wo ich hin muss Ich muss auf jeden Fall wieder rum Garst Haha Vergasfreude Ich habe noch nicht einmal eine Pickaxe mit Da bist du Ah Wieder ab ins Versteck rein Wie komme ich jetzt wieder hier raus? Und dann habe ich jetzt Glück und kriege den letzten Kopf Nö Doch Das Problem ist, ich weiß gar nicht, wie ich da auch kommen soll Ach nö War aber klar Aber was? Welche Geräusche sind das denn noch? Was? Ähm Feindliche Kreaturen Spiele, Atmosphäre, Umgebung Bisschen lauter machen Blöcke Irgendwie hoch runtergekommen sein Ich schweige denn auch wieder hochkommen Ähm Aber das kann noch sein, dass ich jetzt Minecraft Ein bisschen zu laut eingestellt habe Hauptsache, man versteht dich noch Ah, ja Und wenn nicht, dann rübse ich einfach ganz laut ins Mikro Da weiß man, dass ich anwesend bin Gummig auch Und Blaze brauchte ich auch noch Haha Haha Haha, du mir auch Das ist gerade viel schlimmer Sie muss mit der Hand nähter weg abbauen Haha Da hinten sind blazed Da war ein Garst Haha, Garst freundlich Oh, wieder auf mich geschossen Ganz schön dunkel hier drin Ach so, die Helligkeit, ja Hab ich doch eigentlich Ähm Da weiß ich es nicht Ah, fegt Doch, ist voll eingestellt Das, das Brauche ich einfach mal wieder hoch Oh, no, 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 no Oh, das kommt mir gerade nur so vor Auf jeden Fall produktiv Wie jede andere Folge von uns wie immer Ja, hi Komm her Komm her Bist schon wieder am klatschen Komm her Komm runter Sterb, sterb, sterb Ja, schon wieder Leute, ne Ja Boah, ey, wie ist die Mocke voll im Hintergrund Mein Headset Spackt schon wieder rum Musik Lauter, leiser Lauter Leiser Hätte man zum Glück nicht in der Aufnahme Würde auch ganz schön stören Ach ja, ich hatte hier Punch drauf Nein Hilfe 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 Keirachtel Da wieder Das ist der Juckalo Ich gehe hier mal lieber raus Ich muss mal gucken, wie viele Köpfe noch fehlen Einer fehlt dir, glaube ich noch Na, ich glaube das auch Weiß das nicht, ich glaube das auch noch Und ich finde das immer noch zu geil Ich brauche keinen Magma Slime, aber jetzt finde ich die Hatte ich eine letzten Aufnahme auch schon so Das ist auch schon so lange her ist Hm? Wie ich Was, was geschieht ist? Ja, das stimmt Ja, wie immer Ja Ist ja nichts Neues bei dir Ich muss man ja richtig spielen hier Boah, ich bin fast runtergesprungen Das ist das Geile, dass die ganze Map jetzt anfangen muss zu laden gerade Deswegen ist es auch so verdammt dunkel Ich hätte auch nicht in der Hölle spawnen sollen Das ist teilweise ein bisschen am Leggy gerade Hm? Ja Nein, zwei Wills auf mich Geht doch einfach mal weg Ich schweine Wir wollten ja vor langem schon wieder aufnehmen, aber Na ja Oh, das ist doch heller Das ist schöner Nein, ich bin draufgegangen Aha Ich finde es lustig Gut, na Ab ins Bett Was denn? Einen Wisserkopf hatte ich schon mal Hm Einen, ja Können wir für den Agro wär Den hattest du Ach, du mich auch Du hast doch gesagt, du hattest einen Ja, ich weiß Hey, wo sind meine Wisserköpfe eigentlich? Oder sind die oben irgendwo? Weiß ich nicht Ähm Nein Das ist mir doch erstmal eine scheiß spitzer Kamera Nein, doch Mann Da Zwei Stück habe ich ja So ist denn da die ja auch schon genug Hm Jo, 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 jo Ich hab noch Glasflaschen drin Aber das heißt leider, Leute Dass wir wieder ab in die Hölle gleich müssen Verzeiht ihr mir Ich weiß Nein Doch Ja, ja Da sag ich nur Alter Schwede Meine Güte, TS wieder Kannst man den Leuten sagen, dass die TS rumspackt? Nein. Wieso nicht? Warum soll ich das sagen? Dann dürfen wir nie wieder hier drauf machen. Ne, wieso nicht? Ach ne, ich glaub schon. Findest du so, ne? So. Ein Pferd ist aus dem Stall ausgebrochen und alle Kuh ausgelöst. Ab in die Hölle wieder. Ich kann auch wieder hingeiern. Ich hoffe, dass ich meine Sachen noch finde. Hauptsache hier lädt das jetzt alles wieder besser. Komm, ich mach mal die Sichtweite wieder hoch bei mir. Zack. Nichts sind Chancs. Ja. Der hängt bei mir 30, 30, warum auch immer. Bei mir geht er voll in die Knie gerade. Warte mal Leute, ich muss mal ganz kurz bei XTobi was schauen. Spack bestimmt. Limit ist auf 60. Vier Prozessoren. Das ist ja... Ich geh mal um. Das musst du eigentlich so gleich erfassen, ne? Also nicht. Ich glaub, bevor wir gleich dann die nächste Folge nach der hier machen, hau ich mir nochmal Optifine rauf. Optifine. Das ist ja ganz einfach, brauchst du einfach raufklicken und dann installiert er dann. Aber für 172 ist er eh schon lange raus. Das gibt's ja schon 175, also. Oh, jetzt ist er schöne Held drin. Jetzt regeneriert er auch alles ordentlich. Ja, du hast wieder gecheatet. Ach du cheatest immer. Cheater! Du mich ja auch, du cheatest immer. Ne. Ach ja, Autsch. Du voll in die, ins Feuer reingesprungen ihm. Ich brauch mal wieder knacken. Äh, nicht knacken, Pfeile meine ich. Wir haben neun Minuten erreicht. Ja, ja. Und einen. Und ein dummer Gast, der mir wieder auf den Sack geht. Oh. Ich hab ihn mit seinem eigenen Ball getroffen und er ist genug verreckt. Aha. Hey Skelly. Skelly. Skelly Lett. Wo muss ich je lang? Skelly Lett. Er hat doch irgendwas eingeschlagen. Dummes Bissfi. Ja, jetzt werd ich schon wieder die nächsten Gast. Freundlich. Ich zieh die Viecher auch an wie nix gut ist. Ehrlich. Ja. Immer alles deine Schuld. Wie die Fliegen ziehst du die an. Ach übrigens, wo ich dir ja erzählt hatte, dass ich dann um ein Uhr morgens Attack of the Beat Team aufgenommen hab, ne? Ja. Ich hatte so viel Kaffee in Tuss noch. Eigentlich waren das nur zwei Tassen, aber ich hab schon so lange keinen Kaffee mehr getrunken. Nee, Kaffee. Man sollte den echt nicht gegen 18 Uhr oder so trinken, wann das auch mal war. Ja, meinige. Was hast du für... Körper. Wieso? Schwächelt ja schon. Kann man um 18 Uhr trinken. Nein. Ich sagte nur Aldi Eistee. Schleichwerbung. Aldi Eistee. Bist schon so ein Aldi Eistee. Bist schon so ein Aldi Eistee. Ich bin schon Packung zu einem Liter. Ja. Ich werd meinen ganzen Tag wach. Ja. Du bist echt so einer. Ich seit vier Jahren Gunderson... Da geht man so Tweak von, von causten Park. Wir packen uns. Das sind doch die Flaschen jetzt. Was Flaschen? Ich Book das jetzt... Eigentlich sind das doch in Flaschen heißt sie. Ja, aber die ist doch Top数 packt. Und diese große Krümmel Tee-Mann. Ach der. Der Skylo. ja da haue ich mir auch immer ordentlich was rein und der ist so was von süß ich liebe den zuckerstock den ich dadurch krieg meine sachen weg klar ich wollte schon sagen da ging es nicht ja doch bei dem nun pack gehabt beim laden muss ich denn hier runter das jetzt springt am besten noch in die lava ein vier minuten noch vier minuten noch heute gesagt ja als ich vier minuten gesagt da waren es vier minuten ich sehe meine erfahrung es ist dann wie so meine sachen sind sogar hier freundlichen keks was glittner kein ernst ein bisschen ich brenne ich brenne ich bringe ein gast noch teure flattert er jetzt darunter das war es das brauche ich nicht kohle ist ein schwert hier das können wir zusammenfügen ich finde ich wieder keine will das gelehrt nicht nur das ist so nervig und da wo ich schon lange wieder weg bin da stand schon wieder einer toll da wir jetzt mal wieder hin kennt man ja von der letzten aufnahme suche auf ihn bekloppt ja du bist auch bekloppt auch man sagt er der seine waffen bekloppt nennt der alles bekloppt nennt bekloppt projekte laut 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 ja ja so hey flash wichtig doch mal jetzt endlich kleine hallo ja schießt am andritum ist viel ehrlich und vielleicht schreit mexiko 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 kopf das ist noch ein großer kopf na ja ich auch okay jetzt geht das duell los weißt du doch hat er noch nicht eben gesagt am besten lasst uns mal alles andere machen und wenn wir alle drei gleichzeitig haben machen wir es in einer aufnahme und mal gucken wer den am schnellsten besiegen kann okay ja alles klar ja warum nicht der hat es gelätscht der ist doch voll geil weil du doof bist darum du bist immer doof nein ich bin nicht doof kein köpfchen ein kopfloser das ist immer so geil die haben köpfe aber du kriegst trotzdem wie alles raus das war mein letzter feier anscheinend da vorne stehen die an der ecke das sind die türsteher die sagen du kommst du nicht rein wo kommst du nicht rein hallo wiser kommen sie mal schön mit nein lass mich ey du Schatzskelett tschüss 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 ich brauche wieder ein paar Pfeile wisserschaden drauf ah der ist nervig pass auf da stirbst du auch worden selbst wenn du nur ein halbes herz du noch hast ja ich weiß das kam aber nur weil gleich zwei wiser skelette auf mich losgegangen sind äh 30 sekunden noch ja dann war doch noch ein blaze ne da krieg ich eh nicht für was brauchst du denn blaze noch hallo für die älter augen für die älter augen da war doch was ich brauch dich für die tränke so ich bleib hier schon mal stehen da hinten ist blaze weil keine ahnung weil ja weil aufnahme ne weil ich würde sagen dann ist hiermit die aufnahme beendet und bis zum nächsten mal tschüss